Herzlich Willkommen zu meinem neuen LS17 Feuerwehr Video. Heute geht es speziell um die Abonnenten, die mich zahlreich abonniert haben, ein herzlichen Dankeschön. Wir haben endlich die 100 Abonnenten jetzt. Danke, 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 danke. Und heute kam natürlich auch der 101 Abonnent. Herzlichen Dank an dir. Ja, ich habe mir seit langem nichts mehr gehört gehabt, da ich auch mal einen Rechner endlich mal wieder habe, mal 9. Und ja, was denkt ihr, was heute kommt? Natürlich die Panthers kommen heute zum Download. Das Video wird halt kurz, nicht lang, weil es eine Commod-Vorstellung ist. Ich wollte euch einfach nur eine Information gerade geben, was momentan mal stand war und ja, wollte euch sagen, dass der Panther heute zum Download kommt. Hier sind die schönen 5 Panthers. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt dazu, könnt ihr es gerne an den Kommentar unten lassen und dann erkläre ich es euch für euch gerne. Zeigt euren Freunden, die den Panther auch haben möchten, auf welchen YouTube-Kanal die sich den holen können und die sollen bitte ein Abo dalassen und einen positiven Kommentar. Und natürlich ein Like. Ja, würde mich halt freuen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt von den Mod-Vorstellungen etc., dann lasst einen Daumen nach oben. Wie gesagt, ich habe eine Kooperation mit einem Clan, einem Modding-Clan, mit dem die Fahrzeuge bekomme ich geschickt. Ich mache für die Videos und wie gesagt, besser geht es halt nicht. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, viel Spaß mit dem Panther. Ich freue mich halt nur einfach, dass jemand den Schritt macht, der was Privates zum Download stellt, was auch richtig viel Geld gekostet hat. Und ja, vielleicht freut es sich, dass du den einen oder anderen, vielleicht sind manche mit keinem Lust vertrauen, warum stellst du ihn eigentlich zum Download etc. Weißt du? Und deshalb, ja, ist meine Entscheidung. Ich stelle das im Download für euch. Viel Spaß damit. Haut rein. Und bis das nächste Mal.